Also, wir beginnen mit Teil 1. Und in Teil 1 stellt man sich Kuss vor. Hier gibt es eine Karte. Und mit diesen Worten soll man sich Kuss vorstellen. Bitte, stellen Sie sich vor. Okay. Mein Name ist Grüß-Nyawara. Ich bin 38 Jahre alt. Ich komme aus Kenia. Ich wohne in Kisumu. Ich spreche Englisch, Soaheli, meine Muttersprache und ein bisschen Deutsch. Ich bin Karkenschwächter von Beruf. Meine Hobbys sind Tanzen, Kochen und Swimmen. Also, schon. Das war sehr gut. Also, ich habe noch zwei Fragen. Bitte buchstabieren Sie Nyawara. Bitte buchstabieren Sie Nyawara. Okay. Nyawara. N. Yapsilon. A. B. A. R. Sunderschön ist das. Noch die letzte Frage. Wie viel kostet deine Uhr? Wie viel kostet deine Uhr? Wie viel kostet es? Meine Uhr kostet 20 Euro. Wunderschön. Und das ist doch das Ende von Teil 1. Das war sehr gut. Sehr, sehr gut. Danke.